Grüezi miteinander! Herzlich Willkommen zum Daily Vlog! Eben, ich habe es schon wieder gemacht, weil wenn es frisch geschneit hat von draussen, dann musst du einfach geschwind ein bisschen Drohnen fliegen. Daneben habe ich etwas gefunden, etwas... ...und zwar das Januar-Loch. Habt ihr gesehen? Es ist sogar vergolden, das Januar-Loch. Dann habe ich das hier noch und jetzt nehme ich das so als Hocker für das Fotostudio. Zack, 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 zack! Elch, das ist aus Fimo-Knetmasse. Den haben sie mal gemacht an einer Messer. Jetzt mache ich mit dem eine Fotostrecke hier im Laden. Der ist übrigens geschützt, also Rechtsschutz und C. Dann ist es auch hier, meine Knopfbatterien sammeln. Wegen dem Batterienwechsel sind sie zu mir reinkommen. Die ersten Passfotter, also die, die wir gemacht haben als Muster, habe ich das. Und zwar komme ich dann immer drei Abzüge über. Und dann kann ich anhand von diesen Abzüge dann wählen. Es ist Plus-Eins, Normal- und Minus-Eins beleichtert, immer. Und jetzt stanz ich die aus mit der Stanze und dann kommt ihr die nachher rüber. Eben, heute war sonst nichts mehr. Ich gehe die Drohnen fliegen hier oben. Das war's auch schon gewesen. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss zusammen. Das war's auch schon. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020